Vardos, du hast ne scheiß Laufrichtung Highlander, Highlander, click Mets Wo ist der Cleary hier hinten? Links, 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 links Ja, ja, ich hab ihn! Assist! Assist Clearing Zweiter Main Tank Chillor hat Pets Amphi D-Mets bitte, das ist fertig Oh, die Hexe Hexe geht in Mets, Hexe in Mets Cleary ist noch frei Amphi slammt dran Ja, den nehmen wir Amphi slammt Achtung, der Theos Clash frei Amphi ist frei Amphi's still damage Amphi hat 2 jetzt Ich brauche Hilfe Leute Ja Cleary ist frei Alles frei Oh Na, Minilstein, lol Zweiter Cleary, click Mets Ich geh auf den Türurgen Ich hab jetzt Root Ich schieße den Amphi geht Amphi geht der Root Amphi geht der Root Amphi geht der Root Warb der Cleric? Ja Muri, ich komme Lass die Theo klatschen Warb der beide Clerics, du willst irgendwas drauf jetzt? Alter Mende kriegt Root Für den Swing Speed Die hatte schon Root, du brauchst die Root Amphi Dabills Amphi Dabills Amphi Dabills Ah egal, Pimmel egal Wie viele Instinct haben die denn, Junge? Rauskommen Amphi, auch Roots bitte Irgendwie, mein Gott Ich hab hier einendauer an mir Ich brauch mal ein Fehl wenns umgeht Vidos Amphi, demons jetzt plattern dir? Kann sich einer bitte mal um die Minde kommen? Ey, Eeewayne Willst du dich verarschen? Oh mein Gott Ich werd letztes voll gefickt hiermit Cleary in the Max Cleary steht Amphi Dabills Amphi ist am frei Amphi in den Cast Lass den Teo jetzt mal kicken. Es ist den mal down. Jetzt bin ich im Slam. Ulri, den kriegen wir. Er kriegt den Teo hinter euch. Ich komm zu dir am Fee. Ich steh das Pet. Danke. Ulri mach mal die Pet-Facts. Ich auch. Oh, Teo gefreit, Teo gefreit. Die Rente meiner Arme. Flats. Ich bin mal frei. Geht ihr die Pets? Smocke, Smocke. Amphi, kein Metz. Ja, ich hab dich, ich hab dich. Alter, chill. Alter, wie lange stehe ich denn im Metz? Ach, Chiller, bleib stehen, ich mach dir das Pet weg. Hörte. Achtung, Wartos, ich komme zu dir. Ja, ich mach eine Drehung. Danke. Danach mich bitte. Oh, Metz. Tor gefasst down. Ach, das geht's nicht. Amphi wieder double, ey. Das darf nicht wahr sein. Die erwischen mich die ganze Zeit. Das man merkt, umhauen. Ich hab einfach alles. Ich hab keine Instance. Verdammt. Nee, ich hab die Clary hier. Katze, kannst du meinen Stun bitte. Ist es? Ist es? Dylan. Ey, der zweite kommt. Jo, ich komme mal. Ich brauche mal. Ich blöcke. Slam, slamme mich. Ist der Slam? Slam. Schöne mal. Dann lass den Highlander kicken dann halt hier. Der ist die Clary doch komplett frei. Ja, der war eben auch frei, als wir den anderen assisten haben. Mido's done and Metz. Ach, der Theo ist frei. Der ist gerätzt worden, Alter. Was sagt das? Keiner. Amphi vollgekotzt. Ich hab alles gedumpt, Mann. Der Highlander kicken das aus. 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 Theo geht down wieder. Theo geht down wieder. Und? Lauf weiter, Lauf weiter, Lauf weiter. Ey. Hau mal bitte die Clary. Kling nach, ich bitte. Mach gut. Cleary 2. Ach dann, ich komm zu dir, Theo. Wann ist der Biss? Moment. Aber Rapptet, Clary rappt mich an Zeit. Oh, f***ing PF. Alles gesnährt, der Tank. Wollt ihr wieder hoch mit dem Tamir? Der Armstel bitte. Lass den Pretonen lassen. Lass den Pretonen lassen. Lass den Pretonen... Ah, nie mehr. Wo ist denn Kulturi her? Hast du den? Okay. Lass den Pretonen killen. No. Hände frei. Bleib am Cleary jetzt. Ich hab wieder einen Tank an mir dran. Hexe frei. Wir brauchen mal, äh... Amphi geht down jetzt. Dylan! Was ist? Ich geh auf die Hexe, die frei ist. Oh, Stunt. Cleary jetzt frei. Armstel Mut. Ach nein, das geht nicht. Ah, Mann. Cleary sitzt hinten. Dylan. Okay, Slant. Nein. Ehm... Mio ist Damage? Ah, geht. Das war ein, bitte weg Assisten hier. Ehm, wir sind doch drei Stücke! Wir sind doch. Komm doch drauf, Muri! Hexe ist wieder frei. Hexe ist tot. Hexe ist geretzt. Mach ihm Stunt. Damage. Imari Damage. Ich lag die Hexe, äh, ich lag die Hexe, da ist der Clary da drauf Da ist der Moon Da einfach mal die Dings 100 muss hochretzen wenns geht Keine Mahne Ey, wir kriegen diese Zweitfahren, nix tot Ja, da flieht der Schaden Keine Ahnung, laufen hier mit 3 Claries, nö Aber keine Ahnung wie viele die... Das Problem ist die Claries waren einfach viel zu frei, die ganze Zeit Das Problem war der Theo war viel zu frei, dass unsere Supporter nix tun konnten Ich bin dreimal, ich bin zweimal mit Dingen verreckt Theo ist zweimal geretzt worden, die...